Fünf Finanzminuten, heute mit dem Thema, was macht eine Investmentbank? Eine Investmentbank ist wieder in mehrere Abteilungen unterteilt. Bei großen Investmentbanken gibt es häufig vier Abteilungen, die ich gleich genauer vorstelle. Diese Abteilungen sind die Investmentbanking-Abteilung, denn eine Investmentbank und Investmentbanking sind nicht das gleiche. Dazu kommen noch die Wertpapier-, Investment- und Kleidmanagement-Abteilungen. Zuerst zur Investmentbanking-Abteilung, die normalerweise Investmentbanking-Division oder IBD genannt wird. Die Investmentbanking-Division kümmert sich im ECM um Kapitalerhöhungen und Börsengängen von Unternehmen, zum Beispiel wenn ein Start-up an die Börse geht. Im DCM werden Anleihenplatzierungen von Unternehmen organisiert und im M&A Fusionen und Übernahmen von Unternehmen, zum Beispiel bei der aktuellen Übernahme von Monsanto durch Bayer. Da es den Rahmen des Videos sprengen würde, das Investmentbanking genauer zu erklären, haben wir hier für euch ein extra Video gemacht, welches in der Infobox verlinkt ist. Die zweite wichtige Abteilung einer Investmentbank ist die Wertpapierabteilung, welche aus den vier Bereichen Sales, Trading, Marketmaking und Research besteht. Was diese Bereiche tun, kann man gut mit einem Immobilienmakler vergleichen. Bei einem Immobilienmakler kann man sich zum einen beraten lassen, zum Beispiel was für eine Immobilie man kaufen möchte, eine Wohnung oder ein Haus und so weiter. Dazu kann man seine Immobilie auch über den Immobilienmakler verkaufen, also dass der Makler die Immobilie für einen verkauft und man ihm dafür Provision zahlt. Dazu bewerten die Immobilienmakler auch Häuser. Sie gucken sich die Häuser also sehr genau an und sagen dann, wie viel die Immobilie wert ist. Dazu gibt es auch den Immobilienmakler. Sie verkaufen nicht nur fremde Häuser, sondern kaufen die Häuser auch selbst, beziehungsweise verkaufen auch Häuser, die ihnen selbst gehören. Sie handeln also mit Immobilien. Was das Ganze nun mit der Wertpapierabteilung zu tun hat, das ist recht einfach. Die machen mehr oder weniger das Gleiche, nur mit Wertpapieren und nicht mit Immobilien. Denn im Sales beraten sie Fonds, wie die Fonds das Geld am besten in Wertpapiere, zum Beispiel Aktien und Anleihen investieren. Im Trading werden Wertpapiere für Kunden geh- und verkauft. Im Research werden Unternehmen sehr detailliert angeschaut und am Ende sagt die Bank, ob sie die Aktie eher fürs Kauf- oder Verkaufswert hält. Und im Marketmaking handeln die Banken Wertpapiere selbst, also für die eigene Rechnung. Das Marketmaking ist insbesondere bei Devisen, also ausländischem Geld, sehr wichtig, da es für Devisen keine Börse gibt, sondern man das Geld nur durch das Marketmaking der Bank überhaupt handeln kann. Die dritte große Abteilung einer Investmentbank ist die Investments-Abteilung. Hier legt die Bank eigenes Geld an. Man kann sich das so vorstellen, dass ihr von eurer Großmutter Geld zu Weihnachten bekommt, das ihr anlegt, um damit mehr Geld zu verdienen. Da das Geld auf dem Sparkonto nicht sehr viele Zinsen bringt, legt ihr das Geld an. Dafür gibt es verschiedene Anlageklassen. Ihr könnt das Geld zum Beispiel eher sicher investieren, zum Beispiel in Anleihen oder Immobilien. Oder ihr investiert das Geld eher spekulativ, zum Beispiel in Aktien oder sehr spekulativ in Startups. So hat beispielsweise Goldman Sachs bei Uber, Windle.de und Mr. Spex investiert. Und im Bereich des Startups nennt man auch Venture Capital, also Risikokapital. Dies liegt daran, dass Investitionen in Startups besonders riskant sind, da man leider nicht jedes Mal das nächste Google findet, sondern Startups auch oft pleite gehen. Und dann ist das investierte Geld weg. Leider haben Investmentbanken keine Großmutter, aber dafür Aktionäre, die ihnen Geld zur Verfügung stellen. Und wenn sie noch mehr investieren wollen, leihen sie sich auch oft Geld. Die vierte Großabteilung ist das Client-Management, in welchem Kundengeld verwaltet wird. Also nicht wie in der Investmentsabteilung eigenes Geld, sondern fremdes Geld. Das Client-Management unterteilt sich wiederum in zwei Bereiche, und zwar das Asset-Management und die Vermögensverwaltung. Im Asset-Management werden Fonds verwaltet und aufgelegt, also neu erstellt, in die Kunden ihr Geld investieren können. Die Kunden legen ihr Geld also alle in einen Topf und die Bank entscheidet dann, wie das Geld angelegt wird. Also bekommen alle Investoren eines Fonds die gleiche Rendite beziehungsweise den gleichen Verlust. Auf der anderen Seite gibt es noch die Vermögensverwaltung. Auch hier verwaltet die Bank das Geld von Kunden, allerdings für jeden Kunden individuell, sodass der Kunde den Rahmen entscheidet, wie das Geld angelegt werden soll, zum Beispiel maximal 50% in Aktien und so weiter. Und die Bank entscheidet, in welche Aktie das Geld investiert wird. Der Vorteil der Vermögensverwaltung gegenüber dem Asset-Management ist, dass das Geld nach den individuellen Bedürfnissen angelegt wird. Allerdings ist die Vermögensverwaltung auch teurer, als das Geld in einen Fonds anzulegen. Insgesamt kümmert sich die Investmentbank also um alle Bereiche des Investierens. Auch haben Investmentbanken zwei Kundengruppen, die einen, die viel Geld haben, welches investiert werden kann, und die anderen, die viel Geld benötigen, in die Geld investiert werden kann.